Hey und herzlich willkommen zu den ersten Top 5 Boblocks, ähm, ja, Survival Games, so ein allgemeines Top 5, ähm, Top 5 Roblox Games, sagen wir mal so. Und dieses Mal habe ich erst mal für das Anfang so ganz chillig erst mal Survival Games genommen, weil Survival Games sind cool, sind fresh und haben einen Style und, äh, so, das ist auch noch hinterhergezogen, oh Gott, und, ähm, ja, ich werde die Top 5 Survival Games von meiner Ansicht zeigen, jetzt sagen bestimmt andere, zum Beispiel, das ist jetzt nicht da drin, das ist nur so ein Spoiler, sonst ist es ja nicht großartig, äh, Stop It Slenders aber auch in Survival Games, würde für mich jetzt unter Horror fallen, weil, das ist, ah ja, Survival Games und Horror, aber das habe ich dann jetzt, was nur Survival Games betrifft, den angenommen, und wie das in der Zukunft aussehen wird, ich werde eher so ein Thema nehmen, um die raussuchen, zum Beispiel jetzt Horror, oder ihr macht jetzt, einfach was in die Kommentare schreiben, wenn jetzt einer ein Teil leider ist, das ist nur ein Kommentar, wer das in der Zukunft, in der Zukunft guckt, also, ihr wisst ja, wie das mein Abläuft, ähm, wer das in der Zukunft guckt, ähm, der wird's halt sehen, aber die jetzige, Gegenwart, die wird, wenn der jetzt einer steht, dann nehme ich das, und wenn jetzt mehrere stehen, dann müsst ihr nur mit den meisten Likes das geben, und jetzt fange ich an mit dem Video und haut rein rein, und tschau. So, das erste wäre, Roblox Giant Survival, denn Roblox Giant Survival ist folgendes einfach, ich muss kaum Monster killen, eher nach Dines, und das ist eigentlich alles, dadurch kannst du hochleveln, kannst du dollern, sagten Garofen, zum Beispiel, wenn du jetzt die Utes, ich habe früher, ja, wie soll ich sagen, mehr gelevelt, aber das Spiel hat irgendwie resettet, kein Plan wieso, aber es ist eigentlich ein ganz lustiges Spiel, früher kann man selbst bei Giant sein, das fand ich am meisten geil, jetzt ist es, glaube ich, abgeändert worden, ist das komplett rausgepatcht worden, und was man machen muss, dann einfach nur gegen Ghost Giant, Speedy Giant, die haben auch so ganz viele andere Fähigkeiten, und dann spawnen also Objekte in der Mitte, und das ist, ähm, halt das Spiel im Prinzip. Warum auf Top 5, hat es sich ja schon erklärt, glaubt, könnt ihr mir, glaubt, wissen, weil es halt so ein kleines survival game ist, großartig für, für einen kleinen Spaß ist es auch mal was. Top 5, hat es sich ja schon erklärt, glaubt, glaubt, glaubt. Mac. Song. So. So. On. So. So. So, jetzt kommen wir zur Top 4 und die Top 4 ist, soweit, End of Robloxia 2. Es gibt einen alten Teil davon, aber der ist schon längst ein bisschen eingestaubt. Also auch das Spiel seht ihr nachher, wenn ich das Auto spawnen, oder ich weiß ja nicht, ich gucke hier gar nicht hin. Das Auto flippt sehr herum, weil es gibt schon eine neue Engine, eine neue Physik und früher gab es auch immer so was, dass das ganze End kaputt ist. Aber warum das jetzt in der Top 4 ist, weil es ist schon groß, muss ich schon sagen, ist vollermaßen. Das Landespielprinzip wiederholt sich in dauernd, was alles, auch die ganzen, zum Beispiel, Disasters, die kommen, auf so einen Apokalypse mäßig, ist auch das gleich. Deswegen auf den Top 4. Und was ich noch dazu sagen kann, ist es lustig, macht Spaß, macht damit mehreren Spaß und die Autos können auch explodieren. Das ist das Geilste im Spiel. Deswegen auch Top 4 auf End of Robloxia 2, nicht 1. So, jetzt kommen wir zur Top 3 und das ist das altbekannte Natural Disaster. Das ist schon uralt, da habe ich mich auch damals früher so gesuchtet und da habe ich 400 noch irgendwas. Und warum das halt meine Top 3 ist und nicht Top 4, sagen sie es die anderen bestimmt, ist, weil das Spiel im Prinzip viel Abwechslung bietet. Die Disaster sind random mäßig gestaltet, zum Beispiel auf Meteoritenhagel, der schlägt auch random irgendwo ein und nicht, aber auf der gleichen Stelle. Deswegen auf meinen Top 3. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Kommen wir nun zur Top 2 und das ist The Eastland. The Eastland basiert, so wie wir alle wissen, basieren die meisten Roblox-Spiele auf andere Hauptspiele. The Eastland basiert auf The Forest. Das Spiel ist jetzt nicht gerade hochqualität im großen Zustand. Das ist nur eine Beta oder eine Alpha. Ich glaube, das ist nur eine Alpha. Und es ist eigentlich sehr lustig, nur was mich ein bisschen an dem Spiel stört, ist, dass die Steps leider nicht gespeichert werden. Du hast einen Singleplayer und einen Multiplayer. Aber wie gesagt, das ist leider ein, ja, tolles Spiel und ich habe da, glaube ich, keine Aufnahme gespeichert. Ich vergesse nicht, trotzdem. Ja, ganz toll. Könnt ihr mal googeln, also falls da was jetzt auftaucht, dann ja, habt ihr halt nette Desaster, also habt ihr dann halt The Eastland gesehen, weil ich weiß ganz genau, dass ich das vergessen habe. Und nun kommen wir zu der Bombe der Krönung, zur, äh, zum R8, ganz genau, zur Highlight dieses Videos, ist Top 1. Und jetzt fragen sich die meisten Leute, was ist denn die Top 1? Ganz genau, die Top 1 ist Apocalypse Rising. Das Spiel ist wirklich ein zuweiliges Spiel. Es ist jetzt nicht unbedingt das Spiel, wo man jetzt Klötze bauen kann, wie mit Minecraft. Nein, das Spiel ist ein, auch wieder mal abklatscht, oder basiert von DayZ. Natürlich sieht man nicht so verkrüppelt aus wie ein Obdachloser DayZ, sondern da sieht man auch rechtlich gut aus. Was das Spiel bietet, ist ein großer Umfang. Man kann, so wie im Startmenü gesehen habt, drei Welten auswählen. Drei verschiedene. Die werden auch gespeichert, ihr könnt sonstiges machen. Und natürlich, wenn ihr ein bisschen Robux habt, könnt ihr auch Hardcore spielen. Und das ist echt schon richtig Hardcore. Ähm, und was ihr auch noch machen könnt, ihr könnt euch Autos zusammenbasteln, ihr könnt euch Waffen bis zur, was das ich, zur Skala L hochholen. Ihr könnt euch C4 mit Häusern in die Luft sprengen und natürlich, ihr könnt euch auch selbst schon in Teams unterbilden. Ihr könnt Gruppen erstellen, ihr könnt halt sowas, was man in Apokalypse macht, so halt, bei Autos bauen. Und natürlich, was auch nicht noch nicht fehlen darf, dass das vielleicht einer weiß, was passiert mit diesem Top 1. Die meisten sind es vielleicht, die meisten noch nicht. Wenn der jetzt in der, wer das jetzt in der Future guckt, der hat es schon, glaube ich, gesehen, aber die anderen werden sich noch überraschen lassen. Und, ähm, ja. Ich glaube, ich habe jetzt soweit so einen kleinen, groben Ausschnitt von Apokalypse und sonstigen hergebracht. Ähm, das war jetzt mein erstes Video und ich habe sehr viele Anläufe gerade gebraucht, um diesen allgemeinen Rücken uns hinzukriegen. Aber ich bin so ein Typ, der überschlägt manchmal sehr viele Dinge. Und, ähm, ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht, gebt einen Daumen nach oben und schreibt was in die Comics, sonst mache ich das automatisch. Und, ähm, wenn ihr mehr sehen wollt, gebt einfach einen Daumen hoch und wenn nicht, dann doch. Und, ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein, Leute, und ciao. Und, ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal.